Okay, beruhig dich, Frebs. Das war jetzt wirklich schäbig. Und hier ist die Schutzscheibe. Yeah, Oldtimer. Okay, alles die gleiche. Dann nehmen wir den schönsten. Okay, wir haben 2000. Bei, ich weiß nicht, bei 5000 oder so, kann man mit einem Anzug gespart haben. Und sowas. Schau gleich mal. Ähm, nee, nur 1500. DLC. Dragonfly. Und das Truck. F33 Dragonfly, das wäre ein super Flieger. Heavy Truck. Boot Pickup Model. Modell. Wir nehmen. Wir nehmen. Okay. 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 Das wollte ich natürlich nicht. Jetzt habe ich nur noch 500. Ach Gottchen. Das war unfair. Buggy Bug. Das Spiel ist Buggy. Die Engine ist Buggy. Alles ist Buggy. Okay, fahren wir einfach hier. Irgendwas. Der Titus. Der Titus. Der Titus. Autoず. Das war ein Fail. Und Fraps ist auch ein Fehl. So, warten wir wieder bis wir 1500 haben. Und steigen dann aus. Bisschen komisch zu stellen. Wenn wir bremsen, er geht sofort auf die Seite. Seht ihr? Er geht hinten. Hinten trifft der Surfer. Ist nicht gerade gut zu bremsen. Vom Gas geben ist zu schwach. So, ist gut. Ja. Optimal. Also für mich. Hier ist der Flieger. Ist ein bisschen lang, weil ich diese Strecke dachte, es gibt noch eine Strecke, die so Chancen hat. Die muss auch irgendwo in der Nähe sein. Schauen wir mal. Ähm. Wo war das? Wir können Hilfe eingeben. Ja toll. Nicht mal Hilfe wird angeboten. Ah. Wir können sogar die Farbe ändern. Wir können sogar die Farbe ändern. Oh Mann. So kann ich das nicht. Wir machen noch eine Runde. Oder wir gehen hier gerade aus. Irgendwo hier war der Flieger. Was ist das denn? Dann probiere ich mal aus. Haben wir den nicht schon mal gestellt? Wir sind langsam. Ah, ich weiss wo er war. Er war hier. Ich bin auch noch. Hier sind ja drei Stück. So. Ja, so steigt man aus. Irgendwie gehen. Ah, gar nicht. Nein, ich will nicht. Diese Reichweite. Ja. Bisschen Radio. Ah nein, das war er beim Reden. Scheinbar ist irgendwo da drüben. Keine Ahnung wo diese Strecke ist. Allein ist es noch langsam. Irgendwo ist eine gute Rennstrecke. Da ist ein Flugkartner. Nein, das ist ein Tempel. Sonst schaue ich kurz nach. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber zuerst muss ich mal hier runterkommen. Hahaha. So. Gleich bin ich wieder da. Bis dann. So. Ich bin erfolgreich gewesen. Ich habe die Rennstrecke lokalisiert und weiß jetzt wo sie ist. So. Und die Map habe ich auch jetzt. Gut. Sehr schön. So. Sportscar. Traveller. Ah, das ist der. Okay. Hah. Jetzt haben wir den gleichen wieder. Okay. Geht halt einige Zeit. Wir müssen jetzt einmal an die Insel. Alles gut. Ups. Nicht da bleiben. Haha. Ich wollte doch nur die Day-Taste drücken. Komm schon. Oh. Bleib jetzt hier. Also. Wir bleiben hier auf der Autobahn. So. Es geht ein bisschen schneller auch wenn es ein weiterer Weg ist. Und hier wieder rechts. So. Okay. Jetzt fünf Kilometer in diese Richtung. Ich habe noch andere Sachen. Dies ist aber leider eher Singleplayer. Aber ich habe auch das ähm. Das Skigabit gefunden. Es ist wirklich sehr schwer versteckt. Es ist nicht einfach in den Bergen. Es ist ganz außen rechts unten. Von den Bergen. Ja. Aber. Dann gehen wir auch bald hin. So. 3,5. 3,75. Und wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Ups. Yeah. Ja. So. Das hat sogar Frems zum Brauchen gebracht. Also. Dread track. Dread track. So. Aber wehe. Man hat kein Auto hier. Aber so interessant finde ich jetzt diese. Das ist wahrscheinlich die falsche. Es gibt nämlich zwei Dread tracks. Dread track. Aber ich habe mein Lieblings. Fun Fahrzeug. Gefunden. Und. Ja. Wir nehmen den Rot. gut. Es passt ein bisschen besser. Es passt ein bisschen besser. Die sind noch recht schnell. Also ist der Start. Ist egal wo. Haha. Mini Helicopter. Einen Mini Helicopter. So. Ja. Ja. Wir genießen jetzt diese Fahrt durch den Schungel. So. Ich bin fast von der Bahn gefahren. Ohhhh. Bisschen unkontrollierbar. So. Jetzt kann man hier irgendwo. Claire. Gut. Jetzt haben wir den A-Point weg. Haha. Noch eine. Holzbrücke. So. Oh. Oh eine Chance. Oh eine Chance. Eine Chance. Wir machen. Äh. Soll das denn schon wieder? Wenn ich bremse, dann hast du zu bremsen? Ja. Hallo? Ich würde es doch sagen. hast du der zufällige Hochmaß bitte